Bis jetzt noch nicht, aber das kann sich ja noch ändern. Sag es nicht zu laut. Es spawnt nix. Ich hab schon zwei Mops gekillt. Ich hab auch schon einen gekillt. Vielleicht ist die Mob-Rate anders im Singleplayer oder so. Warum habt ihr mich allein gelassen? Wir haben dich im Verdacht, dass du ein Monster bist. Danke, ey. Woher weißt du, dass ich ein Monster bin? Du siehst so aus, deine Brille. Ich hab noch nie deine Augen gesehen. Da hinten ist noch ein Mob. Da ist ein Monster. Ja, töten. Husk. Ja, ich kann nicht töten. Wer siehst du mal? Du machst den Watcher. Watcher, watcher, watcher. Enderkiste und Checkpoint. Ah, da hol ich mein Essen wieder raus. Okay, dann sind wir hier schon mal richtig, auf jeden Fall. Eigentlich müsste irgendwer noch das Oldsword haben, was in der Kiste war. Das haben wir, glaub, da gelassen. Das war's? Das war doch so ein altes Schwert drin. Ach ja, das liegt in der Armory. Ah, hier ist ein Spawner wieder. Ah, hier kommt auch nix. Komm mit, Leilani. Voll langweilig. Und, da unten. Zwei Stück. Oh yeah. Zwei. Uuuu. Aua, die töten mich. Ich hab kein Schwert. PvP ist aus, das heißt ich kann euch nicht töten, ne? Oder? Okay. Oh, ich hab ein Experience. Äh, lol, bei mir ist jetzt Tag. Ne, echt? Ja, bei mir ist Tag. Jetzt ist wieder Nacht. Jetzt ist wieder Nacht, geil. Okay. Ja, das muss eigentlich immer Nacht sein. Oh, was ist denn hier? Hier gibt's noch irgendwas. Hier ist ein Camp. Oh, hier ist ein Turm. Hey, wo seid ihr hin? Oh, ein Pferd. Ich bin hier in so ein Turm reingeklettert. Ich kletter den nach. Nein! Aua. Ne, doch da war ne Kiste. Da steht ein Pferd. Ah! Irgendwas ist da Böses. Da geht's rein. Aua. Aua, hier sind ganz viele Böse. Gib dir mal Deckung. Danke, Akanas. Ich geh runter. Ja, wir sind... Wir sind rumbeflogen. Wir sind cool. Da geht's rein auf jeden Fall. Wo, wo, wo? Hier in den... Oh, da ist noch einer. Warte, Max. In dem Turm geht's rein oder kommt jeder raus? Ähm. Da sind wir gerade rausgekommen. So. Da, die Duo. Ja, lasst mich euch allein. Oh, es ist... Boah, ich hab ruhig die Gänsehaut, ey. Obwohl hier nicht wirklich viel passiert. Die Musik noch dazu. Oh, hier leuchtet irgendwas. Wo seid ihr überhaupt? Was ist das denn? Touchpad oder sowas, ne? Da ist ein Spawner drinnen, glaub ich auch. Alter, diese Dunkelheit. Ich seh' gar nicht so dunkel. Bei mir ist es auch gar nicht so krass dunkel. Bei mir schon. Und... Die Sichtweite ist eigentlich auch relativ gut. Ich hab'n Checkpoint. Ich hab'n Checkpoint. Ich hab'n Checkpoint. Wo, wo? Ähm, den Tunnel durch. Ah, bist du schon vorne? Schon vorne? Nicht vorge... Ah! Das war ne tome Idee. Ich komm' mal lieber zurück. Ich sterbe. Ach nein. Hier ist Arcanus. Okay. Meine Rettung, danke. Lass da so'n Pfeil im Kopf stecken. Ah, ich weiß. Guck. Musst du Checkpoint? Ja, den Tunnel durch und dann mitkommen. Hier. Ah, da vorne. Erstmal drücken. Ich will auch nochmal. Geh weg. Check it. Oh mein Gott. Hab ihn. Das ist voll creepy. Lass mal auf Leilani warten. Ganz ruhig. Was geht mit dir ab? Ich dachte, schrei mal. Ah. Kommt gut. Oh. Okay. Hm. Es sind Gebäude. Ah, ja. Ein Gebäude voller Spinnenweben und Totenköpfen. Einladend. Ja. Toll. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist dunkel. Oh. Und Longstop? Also wenn jetzt... Oh mein Gott, die Totenköpfe sind ja geil. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ähm. Wo seid ihr so? Keine Ahnung. Ich bin nur in dem Hass. Boah, Arcanis hast du mich erschrocken. Zwei Stück. Äh, Longy? Ich komm mal zu dir mit dem Besuch. Die snipen. Oh, hallo. Ich hab schon zwei. Ja, hinter dir kommt noch einer. Pass auf. Oh, ich sehe nicht. Komm mit, komm mit, komm mit. Hier vorne. Wer kommt denn da hoch? Was wollen wir jetzt noch? Hey Leilani, wie soll man da hochkommen? Klatschi hin. Oh, da warte ich. Kann man ja mitgucken. Guck mal, hier ist ne Kiste mit Brot. Brot, Brett. Sehr gut. Äh, da hoch ist grad ein bisschen schwerer. Ah. Scheiße. Ah, an die Rache. Oh oh. Spinn den. Äh. Autsch. Hier ist ne Gaststätte oder sowas. Ja, hier vorne ist noch jemand. Noch ein Gegner. Ah, den krieg ich ja allein. Du musst mich ja wieder allein lassen. Oh, hier ist ein Husky voller Rüstung. Nee. Kannste vergessen. Da komm ich nicht hoch. Ich geh wieder runter. Boah, geil. Ja, das passt halt richtig dazu. Oh, ich hab jede Menge Fleisch gefunden. Ich hab, ich hab nen Grab gefunden. Oh mein Gott. Frankys Armory. Vielleicht geht hier noch was zum Abluden. Oh, ich hab ein Old Sword gefunden. Sehr gut. Wieso findet ihr alles? Ich finde überhaupt nichts. Hilfe! Da ist ein Böser. Hilfe! Der hat mich. Hilfe! Wo wusste? Hilfe! Leute! Der war ein Husk. Der stand da. Ja. Hier, ich bin zu euch gekommen. Ich bring dir mit. Leilani retten ist keine gute Idee. Ich kann dir nicht schauen. Hilfe! Hilfe! Der kommt mir nach. Leute, wo seid ihr? Ich hab auch gar nichts verloren. Ich weiß nicht. Shadow! Ach du Scheiße! Da ist noch einer. Ich kann die nicht töten. Ich lagen. Die töten mich immer. Aber die haben mich tot. Die haben mich down. Okay, der kommt direkt wieder. Oh oh. Hä? Ich kann den nicht schauen. Der wird nicht verlaufen. Ja, ich kann den jetzt nur mit Dings hauen. Mit Hand. Aber die sind zwei, ne? Ach du Scheiße. Sobald ich spawn, töten die mich. Jetzt kann ich nicht mehr respawn. Oh oh. Oh oh. Scheiße. Oh, Alter. Was bist du? Die kommen direkt. Leute, wo seid ihr denn? Ey, Long. Komm da zu uns, ey. Na, ich wüsste besser, wo ihr seid. Ihr wüsst ja zu uns kommen. Oh Mann. Wo seid ihr? Am Spawn. An dem Checkpoint. Der Sterbmann dauernd da. Ich hab keinen Ding. Ich hab keine Ahnung, wo der ist. Da, einen hab ich down. Ah. Warte, ich komm zu dir, wenn ich dich finde. Ach, hier wüsste. Ja, da wüsste. Ah, das sind zwei Hass. Oder? Die zwei sind nicht wirklich Teamplayer. Ah, Long hat sie. Ja, alles klar. Wer sind nicht wirklich Teamplayer? Ihr beide. Der, der euch grad den Arsch gerettet hat, meinst du? Genau der. Ja, ja, ja. Einen haben wir schon mit Fausten gekriegt. Ich seh euch. Wo seid ihr? Ich hab euch schon wieder verloren. Ich seh Arcanus. Du kannst doch jetzt zwei Schwerter, oder? Wer hat zwei Schwerter? Ja, ich hab zwei Schwerter. Müsste ja bei Leilani erst mal wieder zu mir kommen. Das wäre geil. Oh mein Gott. Warte, ich glaub Arcanus ist dahinten. Anna Olsen. Oh, tot? Ja, tot. Also, ich hab hier was gefunden. Das Inn. Hier ist noch Feuer. Okay. Okay. Das ist ne Christa. Aber Arcanus, kannst du mal kurz kommen und mir ein Schwert bringen? Ich fühl mich so unsicher. Ähm, dann musst du mal zu mir kommen. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Ähm, da vorne sind sie. Ja, da sind ihre Namen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was seid? Ach, da drüben. Hier, nach links. Nach links, Leilani. Ja, ich hab schon so'n Schützenden Typen hier, den. weitergehen oder was da ist ein Vieh, da ist ein Vieh, ein Husk ist hier, Leute. Oh, hier ist eine Note, ein Buch, zwei Stück. Okay. Ihr habt doch gerade, Arcanis, du hattest doch eine CD, ne? Hier vorne ist ein Papier. Die hab ich reingeschmissen schon. Ah, gut. Was ist hier, was steht hier? Ochs in. Guck mal. Lies mal vor. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo kam der her? War draußen. Hä, der war doch cool. Ja, wie ist der reingekommen? Wo bist du? Ich bin jetzt hier draußen. Ich seh dein Name, ich komm. Komm noch mal raus vom Spawn aus. Ja, dann geh. Geh doch. Ich versuch den jetzt zu killen. So. Gut. Ja. Dankeschön Shadow. Natürlich. Oh. So, soll ich der Buch mal weiter vorlesen? Ich hab keinen Plan, weil ich jetzt gerade vorgelesen hab, ganz ehrlich. Ja, ich auch nicht. Irgendwas, ähm, der... Irgendwas mit dem Schmied, der spezielle Armrüstung gemacht hat. Ja, ja. Und mit Feuer irgendwas so. Okay, ich hab noch ein Buch bekommen. Vielleicht lässt sich da irgendwas finden oder so. Warte mal. Castle Ravenrock. Ja, ich war ja noch nicht fertig mit Lesen, also wollte... Da hinten ist noch so ein Vieh. Und da. Oh mein Gott, ey. Wo seid ihr schon wieder? Ach, da hinten. Ich check mal den Brunnen ab. Tag. Ja, weiß ich nicht. Soll man noch weiterlesen? Ich hab auch noch den zweiten bekommen. Ja, lese einfach mal. Wir geben dir so lange Deckung. Aha. Also Locksmith war das nicht, ne? Keine Ahnung. Hidden Path. Ne. Ne, 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 ne. Moment. Das war der Locksmith. Dann hau rein. Ja, Moment. Mhm. Äh, Reynold was awarded the treat that lurked around every corner and decided to end his carrier as an Armorsmith. Thus Reynold began creating highly advanced looks for the order. Reynold's final masterpiece resides deep inside Castle Ravens. Das war der Locksmith. Oh mein Gott. Ein Monat. Auf deutsch. He had to flee over the black river to the old fort deep inside Riften woods. There he created elaborate traps to stop his purses. Scheiße, was sind hier für Fremdwörter drin? But they never came. And they never returned. Alter. Ihr seid weg. Ja, wir sind alle tot. Ja, ja. Wir sind beim Versuch dich zu schützen gestorben. Entschuldigung. Ich glaube, ja ich hab ihn, aber ich kann ihn nicht schlagen. Ja, das ging mir vorhin auch so, das war blöd. Ja, doch. Ich sehe doch, wer du entschlägt. Ich hab noch einen zweiten. Da ist noch einer. Ah, der ist Arcanis. Ich hab noch ein zweites Buch. Da steht irgendwas über den River drin. Da müssen wir vielleicht auch mal kurz. So. Hidden path. Castle Raven Rock has its fair share of secrets. One of them is the hidden entrance through the catacombs. Oh mein Gott, catacombs. No one has ever managed to recover the key, however. Some say that the key is hidden deep inside Riften woods. No one dares enter that full place and now we are left here to root in this coarse valley. I can take the suffering of the village people anymore. I'm going to find that blasted key and seek refuge inside Castle Raven Rock. This will probably... Oh. Ich dachte, da kommt einer. Baba Shadow. Nein, da kommt wirklich einer. This will probably be the death of me, but I'd rather the fighting that succumbs to this plague, plague, plague. I'm going to leave the note here. If someone were to find this note, please follow the road towards Castle Raven Rock. Then turn right as you see the gates of... ...Raven Rock. Enter Riften woods and cross the river. I haven't been that far away from the village before. I only hope that whoever finds this note will be Catius. Sirenly, Jadgor Wagner. Ja, also dieser Jadgor Wagner schiebt uns jetzt in dieses Castle rein. Ja, ihr seht ja mal... Hier ruhig steh ist ein Pfeil. Castle Raven Rock. Ja, hab ich gerade auch schon gesehen. Aber ihr seid auch ganz schwer am Kämpfen, sehe ich gerade, eh. Also von wegen... Ja, wir sollten hier weg. Hier ist viel freie Fläche und zu dunkel. Ja. Wir sind ja auch echt auf dem Friedhof jetzt hier gerade, ne? Ja, erinnert euch an den Tipp von am Anfang. Immer schön Doppelsprint und so, ne? Ja, okay. Doppelsprint, wir rennen. Oh, oh, durch den... ...durch den Riften Forest. Oh Gott. Dann scheint, ja. Oder zu Castle Raven Rock. Ja, zu Castle Raven Rock. Ja, zu Castle? Ja, die Riften Forest. Nee, das steht einfach zum Forest abbiegen, oder? Ja, ja, rechts. Passt. Ja, wohin hast du denn? Oh! Hier ist ein Baum, wo die gibt's. In den, äh... Oh, ja. Äh, cool. In den Wald. Okay. Oh mein Gott. Was ist das hier? Hat das schon aufgemacht? Ah, das ist Spawner. Hier ist Sackgasse. Was gehen hier oben? Kein Plan. Gehen wir hin. Oh ja, lass mal da hochgehen. Äh, ja. Oh my goodness. Shit. Also meine Lieben, entschuldigt, wenn ich irgendwie so einen Blödsinn erzähle hier im Englischen. Aber ich sag ja, ich bin im Englischen nicht wirklich so der Burner. Und ja. Nicht so der Burner. Jedes Mal muss ich die Sachen, äh, vorlesen. Die Jungs, die sträuben sich. Obwohl die wesentlich besser Englisch können als ich. Ah! Nein! Alter! Was macht ihr denn? Der Boden ist eingekrackt. Akane ist besonders... Oh Scheiße, jetzt wieder runter. Ihr seid ja schlau. Hier ins Wasser. Ja toll, wir wissen das auch, wenn vor uns der Boden einfach so einstürzt, ne?